Audiels hilft dir deine DVD-Schätze für die Zukunft vor Verlusten zu bewahren. Kratzer auf der beschichteten Seite von CDs oder DVDs machen diese meist unlesbar und sorgen demnach oftmals für Frust. Audiels bietet dir hier gleich mehrere Möglichkeiten, dich vor solchen Verlusten zu schützen. Mit der Audiels-Funktion DVD kopieren werden DVDs im richtigen Format für die entsprechenden Geräte wieder aufgenommen, kopiert oder gebrannt. DVDs mit Filmen archivieren kannst du mit Audiels Movie Box, Audiels Tunebyte Platinum sowie mit Audiels One. Mit dem Archivieren kannst du so deine Filmschätze von DVD auch in Zukunft zu Hause oder in jedem Videodateiformat auch unterwegs genießen. Im Vergleich zu illegalen Crack-Tools bist du mit der Audiels-Software auf der sicheren Seite. Mit der legalen Wiederaufnahme-Funktion werden Filme in Echtzeit mitgeschnitten und später in jedem Dateiformat für DVD-Player, PC, Spielekonsole, Tablet und Smartphone gespeichert. Die Dateien lassen sich aber auch in der Cloud speichern. Du kannst deine Mediathek auch zusätzlich auf einen externen Datenträger sichern. Hierfür musst du nur die gewünschte Datei markieren und als Exportspeicher den CD- bzw. DVD-Brenner wählen. Lovemens戰 Lovemens olabilir Lovemensät love Gabe Love canım W vampas